Schau mal, haben wir es dann jetzt? Super. Ja. Was gab es denn eigentlich leckeres zu essen, Kogo? Strombeutel? Den braucht man für die Rüstung vom Solo-Grip. 100 pro. Doppel-Level ab einfach so, wenn du da bist, also aktiv da bist, kriegst du fett AP. Und wenn du schreibst, kriegst du natürlich auch immer so viele Punkte. Und wenn du schreibst, kriegst du natürlich auch immer so viele Punkte. Ja. 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 wunden versorgen lasst uns erst mal zurück zur zuflucht gehen naviro ist auch nicht mehr sein gewohntes fröhliches selbst ich schaue ob er mir erzählt was los ist ja da war ich habe dann auch eine abbaustelle gesehen aber im ihn jetzt hier geportet zu werden ist denke ich auch okay zu wir reichen kurz hier die sachen ein boni spudert so mir spielt genug wenn ihr nach mit so sucht und findet dann nach mir bin dann bitte bin dann doch kann ja nach dem einbilder mit der zogen keine sorge ist vermerkt wir die wir wünschen eine gute nacht schlaf gut und treuer schönes sollen wir die zune nennen sollen wir die zune nennen oder sollen wir nur die nun schau das großwert dass du mir zeigen sollst ist aus lagen jahre muss wie der den schon bekämpft das herr kriegt das großwert in die tasse und zeigt bisher es gibt kein anderes medium oder fiktion oder zwerg über das so häufig so intensiv nachdenken also in der kontaktion weiß nicht selbst zwei jahre nach dem manga ende denke ich so häufig an das ganze werk glaube das heißt schon was auf jeden fall also ich glaube auch wir müssen das auch endlich mal zu ende gucken weil wir uns weg und bloß die letzte stapel und wir haben es ja auch ganz gut genossen ja es geht ja schon wissen wir mit den halben stunden noch ein tacho und das ist 23 44 mr wagen wir machen was geht warum wird mir das hier nicht angezeigt auf dem handy das ist einfach manchmal nicht was geht man danach geht es dir gut immer videos und lerne immer neues das ist so krank war lecker so weiter können wir noch gar nicht da und wenn man es zu hause willkommen zu hause wollen wir haben auch zu hause ich will eigentlich ein bisschen schuhe machen ich will eigentlich ein bisschen schuhe machen war wirklich ein erlebnis war cool oder schön dass du da bist übrigens meine jetzt aber auch nicht mehr allzu lange ich wollte noch eine mission machen damit ich die rüstung schnell machen kann und dann hören wir aber eigentlich auch ziemlich auf ich hoffe ich finde jetzt noch eine wie war denn der weg geht es ja posten morgen paar videos ist eine gute idee aber hat sich gelohnt oder sehr schön diese ist hauptsache da hat irgendwas geklitzert am wasser ach so das ist ein fisch das ist ein fisch einfach als fisch kostenloses essen dort immer das stimmt definitiv ich will jetzt auch kostenloses essen wir hätten heute was essen müssen werden heute zu abend essen müssen ist keine auflage mehr da ist noch auf lange da ja aber nichts was mich anspricht ja kein burger zum beispiel man hier war doch gesagt dass ich aber gar nicht wie wir nennen sollen sollen wir dann lilly nennen oder lilly zune ja gut dann gibt es anscheinend kein mitschumi kampf mehr schade ja gut da ein paar kräuter und so also zurecht doch ok ja was wurde mir so zunehmend nicht verscheucht und ihr habt sein und ihr habt sie gar nicht erledigt ja ganz genau aber ich dachte ich könnte hier noch irgendwie ne ich dachte ich kann hier irgendwo nochmal finden ja das machen wir dann weil es gibt ja auch kein ei also wahrscheinlich hast du eine nebenquest war ich zu bezweifeln boah das ist ziemlich teuer es ist halt voll schade ich hätte jetzt schon mehr noch die rüstung gehabt aber dann werden wir jetzt einfach abspeichern gehen und genau schauen wir einfach mal die nächsten die nächste zeit ja so ich hab vergessen wo man zu hause ist ja da legen wir uns jetzt schlafen und nächstes mal machen wir coole rüstungen coole rüstungen leute ich müsste jetzt auch nicht wo wir hinreden maxi bin übrigens morgen um 15 uhr ungefähr zu hause ok nice gute nachts auferst und es war mega nice dass du da warst mal schlauch süße träume eine tolle schlafigkeit und ich weiß jetzt auch nicht wo wir hinreden wir machen einfach aus jetzt dieses mal weil ich jetzt ewig suche gute nacht ihr lieben menschen es hat mir sehr viel spaß gemacht jetzt